Wenn der Beat drops out Yo, was geht denn mit den Freunden? Euer Reaktivin hier und so kommt zu einem niceen Warbridge Glitch Der befindet sich hier in dieser kleinen Seitenklasse zwischen dem Friseur und dem Porn Zombies Oben auf der Karte in Nähe des Golfplatzes Ihr braucht einfach nur ein Auto Das fahrt ihr dann zu dieser Tür wo die Pyramide drüber ist Neben die Leiter halt dran Wie ich das getan habe Dann müsst ihr einfach nur aussteigen und versuchen dort oben hin zu springen Entweder kommt ihr gegen die Leiter oder vor das Auto Aber einfach dort drüber springen und schauen seid ihr drin Und von hier oben könnt ihr nur neben die Leiter schießen Aber natürlich kann man dort auch runter Zum Beispiel hier in das Showfenster und dann kann man wirklich überall hinschießen Ähm, also außer zur Abfahrt da unten links, wie ihr seht Aber da kann man nicht hinschießen Aber man kann zum Beispiel dort hinten hinschießen Zu dem Porn Zombies auf der anderen Seite Oder halt in die Luft Oder, oder, oder Wirklich überall hin Nun gut, wenn es gefallen hat, dann würde ich mich natürlich selber ein Like freuen Und da würde ich sagen Sehen wir uns Haut rein Und Ciao Ciao